tja tja moin meine lieben freunde und herzlich willkommen bei Rainbow Seed Siege ich habe eine kleine Info, das ist nur ein kurzes kleines entspanntes Video das heißt einfach nur ein Infovideo heute Abend um 21 Uhr oder also 20 Uhr, 21 Uhr kommt ein Livestream auf YouTube, da nehme ich einen Kollegen auf Rainbow Seed Siege wird ganz lustig werden, ich würde mich freuen es ist natürlich ein Livestream und ich denke mal der wird auch schon so paar Stunden gehen wenn ihr Bock habt darauf, dann schreibt es in die Kommentare ich würde mich sehr freuen und bis dann, haut rein, ciao